Es ist wieder Bundesliga, um den DFB-Pokal geht's auch und damit ist auch Sportwettensaison. Ein gigantischer Markt, auf dem einige gewinnen und andere extrem viel verlieren, manchmal ihre komplette Existenz. Ich will heute wissen, warum für Sportwetten trotzdem völlig hemmungslos geworben wird und was Betroffene tun können. Ich bin Lara Schulchenk und das ist Shortcut. Heute spreche ich mit Wyn Mathisen. Er ist Sportjournalist und arbeitet beim Spiegel im Social Ressort. Hallo Wyn. Moin. Du hast mir in der Vorbereitung schon erzählt, dass du selbst mal viel auf Sport gewettet hast. Wie fing das denn bei dir an? Genau, also ich weiß nicht, ob ich süchtig war. Es war auf jeden Fall ein problematisches Wettverhalten über Jahre hinweg. Bei mir fing es an wie bei den meisten tatsächlich. Ich saß in der Schulklasse und mein Sitznachbar hatte einen gewonnenen Wettschein auf dem Tisch. Zwei Euro Einsatz, 100 Euro Gewinn. Und ich dachte mir so, krass, will ich auch. Er meinte, easy money bro. Und ich bin dann halt wirklich zur nächsten Wettfiliale um die Ecke gegangen nach der Schule. Es war völlig egal, ob man 18 war oder nicht, leider auch. Und habe meinen ersten Wettschein platziert. Zwei Euro, die nächsten Wochen auch. Und natürlich, wie es dann halt immer so ist irgendwie, habe ich gewonnen. Und das bleibt aber natürlich nicht so. Und über die Jahre hinweg habe ich viel Geld eingesetzt und auch zu viel Geld verloren. Selbst wenn man keine Mitschüler hat, die einem fragwürdige Tipps gegeben haben, kommt man ja als sportinteressierte Person kaum an Sportwetten vorbei. Also ob Bandenwerbung oder Sponsoring oder bei Streaming-Anbietern oder auf YouTube, überall sieht man Werbung für Sportwetten. Gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Werbung für Sportwetten haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gesehen. Ob B-Win, Bet3000, Merkur-Bets, Betway. Hier mal ein Clip von Tipico. Du bestimmst das Spiel. Es ist dein Spiel. Mach, was du willst. Tipico. Das Original. Also der Werbespot ist ja super maskulin aufgeladen. Man sieht sehr viele junge Männer. Alle sind super sportlich. Es ist so ein richtiger Alpha-Vibe. Ist das die normale Ansprache, also die gewöhnliche Ansprache von Wettanbietern? Ja, das ist genau die Zielgruppe. Und das ist eigentlich auch egal, welchen Spot man sich anschaut. Es richtet sich an junge Männer, die Adrenalinkick suchen und die auch selbst im Sportverein sind. Das merkt man am Sound, das merkt man an der Ästhetik. Es hat so diesen aggressiven Wettkampfcharakter. Und ich glaube, es lohnt sich auch, auf zwei zentrale Botschaften zu gucken, die eigentlich immer zu finden sind in diesen Werbungen. Das ist zum einen dieses, das Spiel wird erst zum Event, wenn du auch wirklich darauf tippst. Also normal Fan, das reicht eigentlich nicht mehr, sondern das volle Erlebnis, das kriegst du wirklich nur, wenn du Geld darauf setzt. Das ist das Kalkül. Und ein anderes ist, mach es zu deinem Spiel. Mit Fachkompetenz kannst du steuern, ob du gewinnst oder nicht. Das steckt eben dahinter. Und das ist grob falsch, aber ich komme da gleich nochmal zu. Also es wird so eine krasse Selbstwirksamkeit vermittelt. Triggert dich so eine Werbung jetzt eigentlich auch irgendwie? Auf jeden Fall. Auch wenn ich selbst nicht mehr spiele. Ich glaube, für viele normale Zuschauer ist es auch schon nervig. Aber die, die wirklich krasse Suchterfahrungen haben, die fühlen sich heftig getriggert. Und es gibt einige mit Sicherheit, die deshalb nicht mehr Bundesliga schauen, weil es einfach nicht möglich ist, das zu gucken, ohne Wettwerbung zu sehen. Kann man denn irgendwie sagen, wie effektiv diese Werbung bei der Zielgruppe wirklich verfängt? Ja, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Wettverhalten und Werbung. Das sieht man daran, es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass 30 Prozent derjenigen, die Wetten, mehr Geld einsetzen, wenn sie vorher Werbung von Sportwettenanbietern gesehen haben. Und gibt es denn dann, wenn man weiß, dass Werbung so krass wirkt, irgendwelche Begrenzungen für die Werbung? Oder kann das immer und überall gespielt werden? Das ist das Ding in Deutschland. Es gibt keine Begrenzung. Man kann das mittags zeigen, anders übrigens auch, weshalb das nicht so wirklich stringent ist, weil Online-Casinos, die dürfen zum Beispiel nur spätabends oder in der Nacht Werbung im Internet oder auch im Fernsehen senden. Bei Sportwettenanbietern geht es eben auch um die Mittagszeit, sprich, wenn Bundesliga ist. Das ist was, was ich persönlich auch nicht verstehen kann. Okay, das erklärt natürlich auch, warum man diese Werbung dann doch relativ oft sieht. Wie gesagt, besonders Leute, die sportinteressiert sind und wo der Algorithmus das dann auch viel reinspielt. Findet ihr denn eigentlich, dass Sportwetten und auch die Werbung dafür stärker begrenzt werden sollten? Schreibt uns das mal in die Kommentare auf YouTube. Gucken wir uns jetzt mal an, wer bei diesen Sportwetten denn eigentlich gewinnt. Wo so viel Werbung ist, ist meist auch viel Geld und an dieser Stelle mal full disclosure, auch wir beim Spiegel werben für Sportwetten in den Live-Tickern. Also wird auch hier daran Geld verdient. Aber schauen wir uns mal die Hauptakteure an. Wie viel Gewinn machen denn die Wettanbieter damit? Ja, die Wettanbieter in Deutschland haben in den letzten Jahren so zwischen sieben und neun Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und man muss sich mal vorstellen, das ist mehr als doppelt so viel, als die gesamten Umsätze aller Bundesligisten zusammen. Also es ist wirklich eine Hausnummer. Und auch weltweit kann man sehen, die Umsätze weltweit haben sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt. Das heißt, die Branche boomt. Und was ist mit dem Staat? Weil wenn so viel Geld eingenommen wird, werden ja in der Regel auch viel Steuern gezahlt. Ja, das ist ein großes Thema und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum in Sachen Spielerschutz es nicht so wirklich weitergeht. Weil der Staat verdient natürlich auch enorm viel daran. Es gibt die Wettsteuer. Das sind 5,3 Prozent auf jeden Wettschein. Muss man abgeben und das kassiert der Staat. Und das sind jährlich hunderte Millionen von Euros. Okay, wenn du jetzt von Spielern sprichst, natürlich die Leute, die wetten. Ich denke bei sowas dann auch immer ganz kurz an die Fußballspieler. Wie sieht es denn dann aber eben bei den Vereinen aus? Denn Wettanbieter sind ja auch super oft Sponsoren. Ja, das ist auch ein großes Thema. Die Abhängigkeit von Bundesliga-Vereinen, auch von diesem Sportwettensystem. Fast alle Bundesliga-Clubs, wirklich fast alle, haben Sponsoring mit Sportwettenanbietern. Ob das jetzt auf der Brust ist, also auf dem Trikot, auf der Brust oder ob das Bandenwerbung ist. Die verdienen mit lukrativen Deals daran auch richtig, richtig viel. Eine kleine Ausnahme ist da St. Pauli. Die haben sich entschlossen, keine Sponsorings mehr mit Sportwettenanbietern zu machen. Das ist mediendirksam auch verbreitet worden und die haben dafür auch Lob bekommen. Aber man muss wirklich auch sagen, die verzichten dadurch auf Millionen von Einnahmen. Trotzdem kann man sich fragen, wie glaubwürdig das ist. Es ist nämlich so, dass die ein paar Wochen später einen neuen Deal vorgestellt haben, einen neuen Werbepartner. Das ist die Spielbank Hamburg. Es ist zwar kein Sportwettenanbieter, aber es ist halt auch Glücksspiel, was süchtig machen kann. Und der Deal hat nicht die Größe von einem Sportwettenanbieter, aber trotzdem kann man, finde ich, da die Glaubwürdigkeitsfrage stellen. Also die Spielbank hat gar nichts mit Sportwetten zu tun. Das ist ein Glücksspielanbieter einfach. Genau, Spielbank Hamburg. Also man kann da Blackjack und Roulette spielen. Das sind also die Leute, die an den Sportwetten gewinnen. Aber wo es so viele Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer in der Regel. Wie viele Wettsüchtige gibt es denn in Deutschland? Ja, ich glaube, man muss nochmal kurz einordnen, dass Wettspielsucht unter Glücksspielsucht fällt. Und da gibt es Zahlen, die sind wirklich auch beunruhigend, weil vor zehn Jahren waren noch circa 400.000 Menschen in Deutschland glücksspielabhängig. Heute sind es 1,3 Millionen Menschen. Und jeder Dritte davon nimmt an Live-Sportwetten teil. Man kann die zwei Erhebungszeiträume nur bedingt miteinander vergleichen, weil es verschiedene Erhebungsmethoden waren. Aber trotzdem, die Tendenz ist klar, dass die Sucht steigt. Und es sind vor allem junge Männer, die davon betroffen sind. Und Personen im Migrationshintergrund, das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass Traumataerfahrungen durch Flucht, Menschen, die das mitbringen, neigen sowieso eher zu psychischen Erkrankungen. Wie kann ich mir denn die Dynamik von so einer Wettsucht eigentlich genau vorstellen? Weil ich als nicht betroffene Person denke irgendwie, okay, wenn ich da mal viel Geld, 50 Euro oder was verspiele, dann habe ich danach auch keinen Bock mehr und höre halt einfach auf. Wie war das bei dir zum Beispiel? Ich glaube, das denken viele und das ist auch nachvollziehbar. Tatsächlich ist es genau der Gegenteil der Fall. Es ist so, dass je mehr Geld man verliert, desto mehr hat man das Gefühl, man muss das wieder reinbekommen. Und man ist immer angetrieben von diesem Gedanken, ich habe doch schon mal gewonnen. Das schaffe ich nochmal. Und ich lande wieder im Plus. Und das ist halt so eine Teufelsspirale und man verliert mehr Geld, mehr Geld. Die Zahlen, die man sieht in dem Online-Konto des Anbieters, das sind virtuelle Zahlen. Man verliert das Gefühl für Geld und das geht ganz schnell. Und bei einigen, die nicht den Absprung schaffen, die verzocken halt ihre Existenz, alles Geld, was sie haben, setzen Beziehungen in den Sand und oder oder verzocken ihr Leben. Das muss man ganz klar so sagen, nämlich die Suizidsversuchrate ist unter Glücksspielsüchtigen enorm hoch. 10 bis 26 Prozent der Glücksspielabhängigen begehen Suizidversuche in ihrem Leben. Und bei 1,3 Millionen Abhängigen in Deutschland, wenn das konservativ gerechnet, wenn man 10 Prozent nimmt, 130.000 Menschen. Und zum Vergleich circa 100 bis 200.000 Menschen in Deutschland versuchen einen Suizid jährlich. Okay, also deutlich mehr. Und du hast diese Hoffnung, die einen da reintreibt, angesprochen. Lass uns darüber nochmal konkret sprechen. Kann man denn realistisch darauf hoffen, wenn man vielleicht auch besonders smart ist oder so, dass man richtig Geld macht mit Sportwetten? Ja, du kannst einen Glückstreffer landen. Das auf jeden Fall. Aber im Allgemeinen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, Sportinteressierte haben keinen bedeutsamen Vorteil gegenüber denen, die noch nie ans Spiegel geguckt haben. Das zeigen zahlreiche Studien. Es gibt da eine Studie, da haben Sportjournalisten eine Bundesligasaison getippt. Und auf der anderen Seite gab es eine Kontrollgruppe von Laien, die absolut keine Ahnung davon hatten. Man hat denen genau gleich viel Geld in die Hand gegeben. Und am Ende haben beide gleich schlecht abgeschnitten. Beide im Minus. Das liegt daran, dass zwar die Sportjournalisten öfter das Ergebnis richtig vorher gesagt haben, da gab es dann aber viel weniger Geld, weil es sehr wahrscheinlich war. Und die Laien, die haben viel öfter die Außenseiter-Tipps getroffen und dafür gibt es dann auch mehr Geld. Weil wir jetzt sehr viel über Suizid gesprochen haben, wir verlinken auf jeden Fall Hilfsangebote in der Beschreibung. Schauen wir uns jetzt auch nochmal an, was Betroffene tun können, um aus der Wettsucht rauszukommen und welche Regularien dabei eigentlich auch helfen könnten. Wie war das denn eigentlich bei dir? Wie bist du da rausgekommen? Also wie schon gesagt, ich habe jahrelang wirklich auch problematisch gespielt und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich auf die tschechische zweite Volleyball-Liga getippt habe. Und nachdem ich wirklich groß im Minus war und mir gesagt habe, das kann so nicht weitergehen, das ist auch einfach mental, was sich beschäftigt über die Zeit, wo kann ich wieder was tippen, wo kann ich Geld gewinnen. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, mich selbst zu sperren. Es gibt das Oasis-Sperrsystem, das kann ich wirklich jedem nur ans Herzen legen. Da kann man sich selbst sperren und im frühesten Fall drei Monate danach die Sperre aufheben, bei mir war es ein Jahr. Und was können Betroffene abgesehen von so einer Selbstsperrung sonst noch tun? Es gibt Einzahlungslimits. Momentan ist auch gesetzlich festgelegt, dass man höchstens 1000 Euro im Monat einzahlen kann. Man kann das selbst beschränken auf 200, 300 Euro. Das Problem ist da tatsächlich, dass man das nach sieben Tagen oft schon wieder ändern kann. Also es ist nicht wirklich was Nachhaltiges. Und dann ergeben wahrscheinlich Therapien und Selbsthilfegruppen, so wie bei anderen Suchterkrankungen, auch Sinn? Oder wie ist das bei Sportwetten? Auf jeden Fall. Es war eine Therapie, war jetzt was, was ich persönlich nicht gebraucht habe am Ende. Ich bin auch immer noch gesperrt bis heute. Und es bleibt toi 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 auch immer so. Aber auf jeden Fall Therapie und Suchtangebote. Ich kann die Website checkdeinspiel.de empfehlen. Da gibt es einen Selbsttest. Man kann schauen, bin ich eigentlich süchtig oder nicht. Und es gibt für Betroffene sowie für Angehörige auch Infos zu Selbsthilfegruppen und Therapieansprüche. Und dann habe ich gelesen, dass einige Menschen, die gewettet haben, möglicherweise sogar Geld zurückbekommen können, dass sie verloren haben, weil es jetzt eine Klage beim Europäischen Gerichtshof gibt. Kannst du das mal kurz umreißen, was da los ist? Ja, das liegt daran, dass Glücksspiel im Internet prinzipiell jahrelang verboten war. Für Sportwettenanbieter gab es eine Ausnahme, wenn sie eine Konzession besitzen, also eine Lizenz in Deutschland auch zu operieren. Und das haben sie auch beantragt, haben aber Ewigkeiten darauf gewartet und in der Zeit trotzdem Sportwetten angeboten. Und jetzt gibt es halt Leute, die sagen, ey, ich habe hier Geld verzockt und ihr wart gar nicht so wirklich legal unterwegs. Ich will das zurück, die dagegen klagen. Es gibt tausende Klagen bundesweit und meistens wurde zugunsten von den Anbietern entschieden. Aber jetzt ist eine große Klage, da geht es um den Anbieter Tipico vom Europäischen Gerichtshof. Und da schaut man gespannt drauf, wie der entscheidet. Das könnte nämlich ein Präzedenzfall sein, wie mit den anderen Klagen umgegangen wird. Dass Sportwetten jetzt generell verboten werden, ist ja relativ unwahrscheinlich, obwohl sie so krasse Auswirkungen haben. Aber ich frage mich, was könnte man sonst für Stellschrauben anziehen? Also beispielsweise bei der Werbung für Sportwetten. Also die Chancen, dass tatsächlich ein Werbeverbot für Sportwetten kommt, sind gering. Da hat einfach die Politik kaum Interesse dran und die Vereine, die ganz viele Sponsorings haben, sowieso nicht. Aber was schon ein Erfolg wäre, wäre zum Beispiel, wenn man sagt, ja mittags während der Bundesliga, da darf halt keine Werbung mehr zu sehen sein. Weder im Fernsehen, also bei den Pay-TV-Anbietern, noch im Internet. Sondern, dass man das ähnlich macht, wie bei Glücksspiel, wie bei Online-Casinos, dass es nur nachts möglich ist. Das wäre ein Erfolg. Man könnte natürlich auch sagen, okay, Vereine, die gesponsert werden von Sportwettenanbietern, die werden von der Sportförderung ausgeschlossen. Man könnte auch nochmal an das Einzahlungslimit pro Monat gehen. Dass man sagt, 1000 Euro sind viel zu viel und meiner Meinung nach ist es das auch. Dass man sagt, okay, man beschränkt das auf 100, 200 Euro. Und du hattest selber erzählt, dass du dich selbst hast sperren lassen auch. Könnte man das noch irgendwie ausweiten oder optimieren, dieses Sperrsystem? Ja, es ist derzeit so, dass man sich eben entweder selbst sperren kann. Es können auch Angehörige sagen, okay, hier mein Bruder, der zeigt ein auffälliges Verhalten, dass man eine Fremdsperre beantragt. Da müssen dann allerdings wirklich belastbare Zahlen, Kontoauszüge vorgelegt werden. Und es gibt die Möglichkeit, die noch viel zu wenig genutzt wird, dass Sportwettenanbieter einen User selbst sperren, wenn der problematisch spielt. Die haben Algorithmen, um herauszufinden, wer da wirklich problematisch ist. Das Ding ist aber, dass fast alle Sperren derzeit, die eingereicht sind, selbst sperren sind. Das heißt, die Anbieter werden nicht wirklich aktiv. Und da könnte man mehr Verantwortung fordern. Da gibt es also noch einigen Handlungsspielraum. Jetzt drei schnelle Fragen zu Sportwetten. Wenn kann ich mit Sportwetten viel Geld machen? Lara, du kannst einen Glückstreffer landen. Aber wenn du auf lange Sicht spielst, wirst du immer verlieren, weil Wetten ist Glücksspiel. Und wenn ich verliere, wer gewinnt dann alles an den Sportwetten? Das Ding ist, fast alle gewinnen außer du selbst. In erster Linie natürlich die Anbieter, die damit krasse Millionen scheffeln. Und der Staat, der durch die Wettsteuer jedes Jahr hunderte Millionen Euro macht. Und natürlich die Vereine, die einfach krass lukrative Deals mit Sportwettenanbietern haben und daran auch Geld verdienen. Und das gepaart ist halt auch das Problem, warum für den Spielerschutz wahrscheinlich wenig passieren wird in nächster Zeit. Und welche Rolle spielt die Werbung bei all dem? Eine große. Wir haben ja schon gesagt, diese Omnipräsenz während der Bundesliga. Man kann Fußball nicht mehr gucken, ohne Sportwetten zu sehen. Und ich finde, das ist ein Unding. Das ist der Grund, warum viele Spieler, die ein Suchtproblem haben, gar nicht mehr Fußball gucken können. Wenn euch diese Folge Shortcut gefallen hat, dann schickt sie doch einer Freundin oder einem Freund, der oder die selbst gern Sportwetten abschließt. Vielen Dank, dass du da warst, Ben. Gerne, hat Spaß gemacht. Danke, Lara. Vielen Dank auch euch fürs Dabeisein. Tschüssi, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.